Lass uns den Knopf drücken. Und los! Wow! Wow! Hey, wie cool ist das denn? Echt mega! Hey, unsere Klamotten! Und Haare sind anders! Lass uns beginnen! Bereit? Schnuller? Was will ich damit? Naja, wenigstens taugt er als Ring. Ich liebe etwas Bling Bling. Gar nicht so übel. Wäre das doch nur ein Hochzeitsring. Wie cool! Ich habe einen Schleier. Was wohl noch so passieren wird? Schatz, da bist du ja! Das ist der beste Tag in meinem Leben. Ich liebe dich! Ich bin ganz neidisch! Ich will auch heiraten! Es hat funktioniert! Ich bin auch eine Braut! Wow! Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen! Wie lieb von dir! Ich freue mich so! Nene! Ist das dein Ernst? Komm her! Hey, das ist mein Bräutigam! Lass ihn endlich los! Ladies, bitte beruhigt euch wieder! Mein Hemd! Meine Mom wird stinkwütend sein! Das ist deine Schuld! Los, fang den Blumenstrauß! Das ist mein Bräutigam! Nein! Autsch! Mir reicht's! Jetzt bist du dran! Alles in Ordnung? Vielleicht braucht er einen Krankenwagen! Was? Was ist passiert? Oh, hallo, Ladies! Oh, nope! Ich bleibe lieber Single! Die kannst du behalten! Ähm, das war irgendwie schräg! Ich bin voll aufgeregt! Beruhigt dich wieder! Hä? Luftballons? Wie langweilig! Das ist eine Essens-Challenge, oder? Ist irgendwie zäh! Wie ist dein Ballon? Das ist nichts zum Essen! Uh, das ist gar nicht so einfach! Oh, mir wird's schwindelig! Was? Das ist alles? Hahaha! Wenigstens hab ich nicht reingebissen! Äh, was ist das? Okay! Ich kapier's nicht! Ach so, der Luftballon! Ich bin wie ein Magier! Abracadabra! Wow! Das ist die reinste Magie! Den lass ich platzen! In Deckung! Wow! Ein Ball aus Fruchtgummi! Schau! Ich will auch einen! Dann puste ich meinen auch auf! Gleich ist er voll! Geschafft! Was ist das? Oh, ein Hut! Der steht mir aber nicht gut! Lass deine Magie sprechen! Eine Banane? Nope! Wer war das? Na endlich! Halt' dir die Ohren zu! Wow! So viele Bälle! Ich liebe diese Challenge! Mh, sowas von gut! Ich probiere meinen! Echt lecker! Ich könnte das jeden Tag essen! Hey, schau mal! Oh, jetzt wird's interessant! Ich hab' schon eine Idee! Ah, lieber nicht! Das riecht lecker! Ah, und gut schmecken tut es auch! Und gut schmecken tut es auch! Uh, was war das? Das ist ja cool! Wow! Wie lustig! Jetzt ich! Wow! Die größte Limo der Welt! Gibt es denn keinen Strohhalm? Der ist zu klein! Nope! Aha! Echt jetzt? Genau, was ich brauche! Rein damit! Mh! Schmeckt genial! Oh, nein! Hör auf! Du Ekel! Sorry! Tina! Was es wohl dieses Mal sein wird? Nicht so schnell! Uh! Ganz nach meinem Geschmack! Den lasse ich mir schmecken! Oh, wow! Das ist sowas von süß! Ich will mehr! Nicht so hastig! Sonst verschluckst du dich! Okay! Mal sehen, was ich habe! Uh! Ein Hai! Wer ist der beste Hai? Du bist es! Echt witzig! Wo ist hier das Süße? Mmh! Äh, alles okay! Ich bin satt! Entschuldigung! Hab's dir doch gesagt! Ha! Ich hab eine Idee! Hab ich dich? Echt praktisch! Hey! Das ist meins! Was zum... Wie siehst du denn aus? Oh, nein! Hi! Nimm das! So was von gruselig! Reingelegt! Oh, du bist echt gemein! Zusammen? Ja! Das sieht interessant aus! Ganz schön lang! Wo ist hier das Ende? Wenigstens ist Tina zufrieden! Aber es ist pink! Wie schlimm kann es schon sein? Hm, nicht schlecht! Wann hört das endlich auf? Oh, ich hab's! Hey! Was ist? Schau mal, was ich habe! Eine Sanduhr? Schön für dich! Oh, wir können um die Wette essen! Lass uns die Schnüre ohne Hände essen! Kapiert? Kapiert! Dann mal los! Bereit? Go! Ich muss gewinnen! Die Zeit läuft davon! Num, 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 num! Fast fertig! Na los! Ich hab' gewonnen! Oh, nein! Du hast geschummelt! Nein! Ich bin einfach nur gut! Uh, eine Trophäe? Für mich? Das wäre nicht nötig gewesen! Nein! Ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken! Sie hat einen Tagtraum! Äh, hallo? Los geht's! Nein, noch nicht! Uh, das sieht aber gut aus! Jetzt darfst du nachsehen! Yes! Wow, ein Kuchen! Den muss ich probieren! Sieht echt gut aus! Ich probiere meinen Nachtisch! Uh, so fluffig und zart! Fehlen nur noch Zuckerperlen! Ha! Süß! Hm, mein neues Leibgericht! Nicht schlecht! Hey, ich hab' Lust auf Lippenstift! Und jetzt die Zuckerperlen! Wie sehe ich aus? Wunderschön, nicht wahr? Hey, schau mal her! Und schon ist es weg! Ha! Wow! Das bringt mich auf eine Idee! Blauer Lippenstift! Yeah! Na, wie sehe ich aus? Schmeckt zumindest gut! Äh, ein schräger Look! Wir sollten uns mal über Make-up unterhalten! Du siehst lustig aus! Pink oder blau? Welche Farbe wärst du in dieser Challenge? Schreib deine Antwort in die Kommentare! Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos wie dieses hier verpasst! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!